Aber wir müssen schon vorher ein, zwei Dudes killen, damit wir unsere Form machen können. Tarker's Mill. Wir sind zu früh. Der Entschirm ist bereits hier. Was machen wir? Stopp' das Auto. Was ist da unten? Meine Haus. Dusk, bleib aus. Warte, Kahl! Radko! No! Radko, sie haben unsere Richtung Norden geschlossen. Sie haben eine Exo. Wir werden die Schmerzen beobachten später. Wir müssen sie stoppen. Los geht's! Move! Over there! Over there! Auf geht's! Huh. Ride! Roscoe. Du wirst du das nicht verletzt. Klebe, Junge. Ultra! Voback! Fuckin' mit Silber. Tell me, where's Zadana? Don't worry, Kahal. Your daughter didn't fight this battle. How are your wounds? Riddled with Silber. They'll take days to heal. But things would have been far worse if you hadn't stepped in. I just did what I had to do. Nothing more. Honestly, never thought I'd see your face again. Why'd you come back, Kahal? I heard that the Cairn was gonna be attacked. I was afraid for you. For Adana. And how did you hear that? I overheard Endrin talking about it on my last job. I may have left Tarkar's Mill, but I never turned my back on it. I couldn't just abandon you. You found it easy enough five years ago. Your Cairn and your daughter have always needed you. I tried to tell you that. Where is she, Ratgo? With Ava. Working undercover at the biggest Endrin site in the Pacific Northwest. Best option available to us after the failure of our last mission. Your last mission? What do you mean? You remember the old, abandoned mine not far from here? Endrin bought it and turned it into a training center for their new recruits. I launched an attack to wipe them out, but Tank Girl stopped us. The woman you saw in the Exo during the attack, she drove us back. Tank Girl, you call her? I encountered her during my last mission. She was trying to buy silver bullets from an arms team. That's where I learned she was planning an attack on the Cairn. Major Grainer. That's the name her men give her. But to us, she's Tank Girl. And she leads Endrin's troops with about as much grace. Their attack on the Cairn was their first wave of revenge for our attack on the training center. We managed to repel them this time. But it's only a temporary victory. They might return at any moment. And Endrin just keeps recruiting soldiers. Then we've got to go back to the mine and destroy their training center. It's the only way to buy the Cairn any sort of safety. No matter how brief. Go back? No, not until I'm well again. Then we can strike. Hmm. I'll take care of that goddamn training center myself. You know I can handle it on my own. No. You're no longer a part of this pack. It's my responsibility. And how long will it take for you to get better? Days? Weeks? If they return, the Cairn will fall. Hmm. I'll think about it. Go pay your respects to your friend and come back to me. Then we'll talk about the mine. Also müssen wir uns quasi erstmal wieder ins Rudel zurückkämpfen. Verständlich. Wir haben einen Bruder umgebracht in der Raserei. The Cairn is in a bad way. Dusk, what are you doing here? I thought I told you to keep clear. You really thought I'd leave you behind like that? You should know me better than that by now. Besides, looks like you need all the help you can get. And I really don't want to lose my front road tickets to the Cajal show. Kann ich das auch inhalieren? Ah ja. So, wer seid ihr zwei? What come on? What come on? Edana was only a few days old when Ludmela wrote this letter. Komm ich falsch an? Okay. He was a spirit healer. A caretaker of children. Endrin doesn't show when he will nurse him. We will. It has been many a year since I last felt your presence, warrior of Gaia. It's been nearly as long since anyone called me that. Your Cairn needs you. And the wild has need of your protection. The Eater of Souls is fighting with all his might to take control of it. And he is winning. The corruption takes many forms, but the effects are always the same. You must help us fight back. I came back to find my daughter. Have you seen her? Ah, Agana, a dear friend and always respectful of nature. You fear for her safety then. She too is fighting for Gaia in her own way. But do not worry You both walk the same path You will find each other in time To fight your battles You will need power Power I can provide By helping you develop your warrior gifts Thank you, Ifen You may find lost spirits during your travels Return them to me And I will be able to strengthen your natural abilities One last request before you depart Many of your kin fell in combat I would ask you to bury them You will find their bodies both inside and around the cairn Your penumbra vision will show you the way Soothe their souls and send them to me So that they may travel to the wild Without being captured by the worm I will if I can But my priority is the entrance training center We can the forces of the worm there But never forget your brothers and sisters Gaia needs you Und wenn ich es nicht besser wüsste hat der Dude auf jeden Fall die Ruhe weg Der gute Even Obwohl ich ein bisschen erschrocken war Ich habe gerade sehr vieles erwartet Aber das bin mir mit Sicherheit nicht Und wir haben einen weiteren Geisterpunkt erhalten Bei einer Heilung werden nun Gegner zurückgeworfen Ich denke das ist ein guter Trait hier Ich glaube das werde ich jetzt auch erstmal nehmen Wegen Wir werden das gemessen ist So ein bisschen mehr der Turn ausschalten Also ganz mein Niveau Was ist das denn für eine Führung? Du wirst auf die letzte Nacht Geht auf Eiffen Er ist wunderschön Ah Gahal Es ist gut zu sehen Okay Okay Nein, er war noch hier direkt, ne? Ja. Oh, das war nicht so gesprächig. Machen wir noch welche? Ein paar? Missen wir noch? Ja, da oben geht's zum Trainingszentrum denke ich. Hier haben wir noch was zum inhalieren. Oh, Excalibur. Leider nicht. Nur eine Nachricht. Ja, Karl. Das ist ein Brief von unserer Frau. Wie warte mal, oder? Mit dem Brief hast du jetzt falsch gelesen. Da unten war jetzt nix, ne? Nicht, dass ich hier wieder umsonst diese Berge hier erklemme. Ich wollte gerade sagen, dass ich den Chat nicht mehr lesen kann. Okay, zwei fehlen uns noch. War schon ein sehr schöner Rückzugsort hier. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Was seid ihr? Wie seid ihr? Kann ich euch auch inhalieren? Ja. Sei geröst. Vielleicht sind die anderen beiden ja in diesem Trainingsbereich. Hey Kahul, es ist gut zu sehen, dass du dich wiederholt hast. Ich bin zu sehen, Fenn. Er ist so schwer. Bitte, Rotko, lass mich dir helfen. Lass mich mit diesem Trainingscenter. Warum ist es, dass du jetzt interessierst, Kahul? Wir waren so leicht zu ignorieren, als wir gerade in fronte von dir waren. Was? Willst du wieder sein Teil des Packen? Ich will helfen den Packen. Ich will protect Adana. Aber du willst nicht wiederholen uns? Ich habe bereits in den Rage getötet, und habe einen von unseren Kinn, Rotko. Ich kann es nicht mehr so machen. Du wirst schon wissen, dass ich nicht. Nichtsdestotrotz. Wir sind mit denjenigen, die wir mourn. Also, ich nehme deine Hilfe. Also, was kannst du mir erzählen über dieses so-called Trainingscenter? Ava managed to get a hold of the mine blueprints, um uns vorbereiten für unsere vorherigen Attacken. Der Weakpunkt ist die Kraftstoffe. Sie haben nicht mehr Zeit, um es ein properer Upgrade zu geben. Die ganze Sache ist mit einem großen Propene Tank, wie es als es war, als es ein Mine war. Ich verstehe. Also, wenn ich die Tank aufbauen, die ganze Mine will cave in, mit dem Training Center mit ihnen. Dann brauchen wir die Explosiven. Du bist glücklich zu wissen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Ich bin sicher. Ich kennenzuliere dein neues Freund... ...Dusk, nicht? Er hat mir die Explosiven, die du zwei stole. Wir haben noch ein Problem, doch. Du wirst nicht wissen, die Aufmerksamkeit, und ich bin zu verletzt, zu gehen mit dir. Huh. Ich liebe nicht die Dinge, aber ich denke, ich benutze Ava's Radio-Equipment, um dich zu stecken. Sie sollte den Trick machen. Perfekt. Ich werde in Radio-Kontakt bleiben. Geh die Explosiven und geh. Good luck, Cajal. Machen wir das doch. Ne, warte. Wollen wir jetzt nochmal mit ihm reden? Ne, ich brauche noch den Schrankstoff. Jetzt, mein Freund. Ich höre dir. Aber zwei, zwei Brüder oder Schwestern fehlen uns, glaube ich, noch. Und ich glaube, dass sie auch, wenn, wenn überhaupt auch noch hier sein dürften. können sie sich nicht mehr aufpassen. Ich fühle mich an. Wir können sie nicht mehr nachholen. Aber wer weiß, was sie sind? Das ist ja auch. Oh, Sonst aber auch nichts mehr. Gerade aufleuchten. Hm. Hier haben wir dann auch schon. Wie riesig dieser Baum einfach ist. Naiv, sorry. Wollt ihn ja nicht namentlich kränken. Aber ich denke wir kommen sowieso noch öfter zurück hier. Können wir jetzt erstmal vor das Lager gehen, denke ich. Ah, guck hier sind die beiden, okay. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehen kann. Eine letzte Mal. Geht so... Machen wir das auch gerade mal? Tja... Ich weiß... Vielleicht kriegen wir dann noch einen Geisterpunkt. Ich weiß... 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 Du bist auf der Liste... Allright... Dann... Du bist auf der Liste... Und... Du bist auf der Liste... Es ist ziemlich bewusst... Du hast Zeit... Denkst nicht zu sagen... Der Liste magst... Ex-cons... Dann... Okay, Mr. Was machen wir da? Ich bin hier, ich habe nur die Beziehung für meine Gesundheit. Ich bin hier, um zu beherren. Du? Wie geht es durch die Physikale, ohne eine Bühne zu verbrechen? Okay, Gramps, ich finde dich auf der Liste. Ich habe in der Entfernung gekauft, Cahal Fillon. Ah, genau, hier bist du. Jetzt kommen wir zum Business. Sind Sie bereit für das Interview? Ich bin bereit. Wir beginnen mit einer technischen Frage. Unsere Assault-Troupe sind mit einem neuen type of Pump-Action-Rifle. Welcher Seite ist es mit? Pfff. Joa, äh... Ein holographisches Visier, ne, ein Laser-Visier, wahrscheinlich. Äh, wird, 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 ähm... Insider, wie soll ich denn das als Ausstehender, der... Die Kosten der Entfernung ist immer weniger als die Kosten der Entfernung. Das ist das. Sieht so, wie Sie sich richtig fit in. Einige Leute kommen in, schweigst du, dass die Firma nicht ein Moral-Code hat. Schöne sie. Okay, genug von diesem Papier-Puschen-Bullshit. Ich weiß ein Combat-Vet, wenn ich einen sehe. Willkommen in der Entfernung-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm-Programm. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir dieses Trainings-Programm von diesem... Affen mitmachen, von Andron. So können wir vielleicht ein bisschen über deren Technologie erfahren und womit sie uns töten wollen. Oder ich mach mich hier jetzt einfach zum Werbewerb und... und metze alles wieder. Ja. Ach man, man hätte hier wohl optional auch durchgekannt. Und... als... als Wölfchen... glaube ich. Aber ob hier jetzt irgendwas getriggert wird gleich? Weißt du, der nennt mich Opa. Und dann arbeitet hier jemand, der... der... Panda-Augen-Ränge hat. Ja, Panda-Augen. Und wenn ich schon dreimal von den Toten wieder auferstanden ist. Ja, passiert jetzt hier was, Leute, oder? Okay, scheinbar nicht. Da müssen wir wohl jetzt... zurück. Wird ja sein können, dass sich was triggert oder ähnliches. Was passiert? Was passiert? Irgendwann muss der Knopf nur gut sein. Ach, damit ruft man den Fahrstuhl nach oben. Denke ich. Was passiert? Ja. Ich wollte gerade sagen, Diod, kannst du nicht ein Stückchen weiterlaufen, damit ich hier langen kann? Ich bin ein Stückchen. Hallo? Aber das finde ich gut gemacht so mit dieser Animation hier, es ist zwar ein bisschen nervig, sowohl für... Hm? Scheiße, dass ich die nicht aneinanderwerfen kann. Boah, der eigene Sniper hier. Wo war das? Ah ne, da ist noch jemand ohne Vorstein. Ibi! Ich glaube, jetzt ist es gerade egal, wenn wir hier auf die Kacke hauen oder nicht. Ich glaube, jetzt bin ich hier auf die Kacke. Ich bin hier auf die Kacke. Ich bin hier auf die Kacke. Ich bin hier auf die Kacke.